Heute zocke ich wieder World Soccer Striker im Arcade Modus gegen Japan. So, ab geht er. Bin hier spannend ob wir ihn besiegen. Komm, komm, komm. Das wird doch ein Tor. Yes! 2-0. Geil, Alter! Ja, so eine Superschüsse sind immer derbe. Ah! Naja. Komm, komm, komm. Yes, yes, yes! 3-1, Alter! Yes, der ist da drinne! Boom! Voll eingehämmertet gerät. Wie ihr seht. Yes, wieder abgeblockt. Der war wichtig. Der hat doch mehr Glück als Verstand der Kunde. Da ist er drin. 5-1. Komm, zurück, zurück! Den haben wir auch gerettet noch. Und den machen wir noch. Ah, Zeitung! Hat er noch mal Schweine gehabt? Cool! Im nächsten Video zocke ich gegen Honduras. Wie ihr seht, die haben wir jetzt freigeschaltet. Bis dahin, haut rein! Ciao!